Liebe Freunde, willkommen zurück auf dem Battlesport mit Radfratz, Shiggy, Shiggy. Und heute kämpfen wir gegen Donkemon. Gegen Donkemon! Mit dem selben Team vom letzten Mal. Ein sehr starkes Team meiner Meinung nach. Das einzig potenzielle Pokémon, was ich vielleicht austauschen würde, ist Zapdos. Wobei, eigentlich Zapdos mir kehrt, wenn er ja ultra gut ist. Wir gucken jetzt mal ins Gegner-Team. Wir haben Baloo, wir haben John Schnee, wir haben Dumbledore, wir haben Kokowai, wir haben Kabudops und wir haben Kala. Okay, by the way, ich muss meine Pokémon mal noch benennen. Ich habe Abraham, nee, warte mal, Bisaflor habe ich noch nicht benannt. Und Slimehawk habe ich auch noch nicht, und Zapdos habe ich auch noch. Goddammit, was tue ich eigentlich in meinem Leben, ha? Was machen solche YouTuber? Außer schlafen und chillen. So, wir haben, wo sehe ich den Thread? Wir haben auf jeden Fall einen Mega-Simsala, auf jeden Fall. Von daher weiß ich noch nicht ganz, was ich da machen werde mit meinen Megas. Slimehawk wird super wichtig sein. Ähm, Abraham gegen John Schnee, aber auch Bisaflor gegen Kabutops. Äh, ich bin so ein bisschen im Clinch. Bin ein bisschen im Clinch, Leute. Lohnen sich Tarnsteine bei ihm? Ah, nicht wirklich. Nicht wirklich. John Schnee resistiert. Ja, ja. Wobei, ich meine, das hin und her geswitcht zu verhindern, das wäre schon ganz nice. Aber mit was könnte er leiden? Rizzeros ist halt hier echt schlecht, ne? Er hat Erdbeben, er hat... Whatever. Oh mein Gott, okay. Ich muss mich hier langsam beeilen. Ähm, ja gut. Wir leiden einfach mal mit Zapdos. Sorry, Leute. Ich habe den Lead mal wieder komplett verhauen. Ich muss halt einfach irgendwie jetzt leiden. Ist egal. Wir werden es, wir werden es schon hinkriegen, Freunde. Wir werden es schon geschaukelt kriegen, die, das Kind hier. So, let's go. John, come on, mit Beauty. Und der Lead mit Kabutops. Uh. Warte mal, wie viel Innes hat er jetzt, Kabutops? Ist es 80? Ist es Kabutops? Ja. Will er mit Zap... Will er... Will er... Okay, ich habe 100. Ich outspeede ihn ja auf jeden Fall. Bleibe ich hier drin? Will ich einen Steinhagel fressen? Weil ich glaube, ein Donnerblitz killt, ne? Äh, killt nicht. Brauche ich meinen Zapdos großartig für was anderes? Maybe für Relaxo wegen Toxin? Kokowai definitiv nicht. Nidoking sowieso nicht. Simsalah, meh. Slimeh auch nicht wirklich. Also wenn mein Zapdos da ist, dann für Kabutops oder Relaxo. Er könnte zu Nidoking switchen. Nidoking tankt den Donnerblitz und das Toxin. Ich kehrt, Wende. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Er bleibt drin! What? Damn! Geht er für ein Swords? Was macht der Junge? Das ist halt jetzt wieder die Sache, ne? Ich habe halt im letzten Match gegen jemanden gespielt, der relativ viel geswitcht ist und relativ... Ja, auch gut gespielt hat. Ne? Und jetzt kämpfe ich halt wieder gegen einen komplett anderen Typen, wo ich überhaupt nicht weiß, wie der drauf ist, der Junge. Aber okay, warte mal, was hat er drin? Er hatte drin Kabutops. Das heißt, Melmetal wäre eigentlich fast schon die einzige Option, ne? Weil ich tanke den Steinhagel. Ich tanke die Kaskade. Er geht für den Steinhagel. Okay, und verfehlt. Ah, das ist böse, aber Melmetal hätte das sowieso praktisch nichts gemacht. Okay, hat er was, was... Er hätte Nidoking... ...was die Donnerwelle immunisiert. Die Frage ist, will er das? Will er da... Ja, was hatte er? Ey, ich habe schon mal overpredicted. Ich gehe jetzt für fucking Panzerfäuste. Ich gehe jetzt für fucking Panzerfäuste. Okay, er switcht jetzt raus. Was kommt rein? Kommt ein Nidoking rein? Balou kommt rein. Sein Relaxo. Okay, das Ding muss ich nicht mal paar haben, weil das ist natürlich langsamer als Melmetal. Eines der wenigen Pokémon, die langsamer ist. Sein dürften, oder? Wie viel? Melmetal hat glaube ich 40 Inits. Relaxo hat um die 30, schätze ich mal. Ja, 30. Äh, schade. Sein Relaxo stirbt einfach. Ohne irgendwas getan zu haben. Metal, Leute. Melmetal ist in the building. Melmetal hat 34 Inits. Also, äh, outspeedet Relaxo wegen vier Punkten. Alright. Okay. Geh zu Nidoking rein. Die Frage ist nur, Bruder, wer hat mehr Death? Ich glaube, ich hab mehr Death. Ich glaub, meine Erdbeben macht 80%. Deine Erdbeben macht 40%. Okay. 45%. Schauen wir mal, ob ich richtig liege. Ups. Das OK-Jode. Und das war nicht mal ein Crit, Alter. Oh mein Gott. Melmetal ist so stark, Mann. Warum ist Melmetal so stark? Und niemand hat was gegen Melmetal. Ein Arcani mit Flamethrower. Ne? Hier. Mixed Arcani. Ich hab ein Mixed Shiny Arcani. Alle haben mich ausgelacht. Öh, das Ding spielt man mit Flairblitz. Gegen Melmetal machst du nichts mit Flairblitz, Bruder. Aber ein Flamethrower wird wahrscheinlich OK-Jone. Ja, Melmetal ist halt gegen viele Leute noch sehr, sehr stark, weil niemand sich gewohnt ist, gegen Melmetal zu spielen, weil nur sehr wenige Leute ein Melmetal besitzen. Ne? Alle anderen Pokémon sind ja mittlerweile relativ einfach. Also, Melmetal ist auch einfach zu bekommen, aber, ne? Ich hab zum Beispiel an einem, äh, an einem Event Day, also an einem Wochenende, da hab ich irgendwie 200, äh, Meltan, äh, Bonbons gefarmt. Von daher. Was will er mit Koller machen? Hat er einen Feuerschlag? Oh, Komprimator. What? Okay. Eigentlich verboten, laut Smogon, aber, ja gut, machen wir das mal. Welp? Den, äh, Komprimator, den scheint niemanden zu jucken. Er geht wieder vor Komprimator. Was genau willst du? Ich mein, selbst wenn du, selbst wenn ich dich nie mehr treffen sollte, was genau machst du mit Koller? Feier, äh, fünfmal Firepunchen? Ha. Interessant. Ich krieg halt jede Runde ne Chance, dich zu treffen, ne? Und ich glaub nicht, dass du, oh, Aussetzer, wow. Ein sehr interessantes, äh, äh, hier, Slime-Mock-Set. Ja gut, dann geh ich für Panzerfäuste. Und jetzt geht er für Knirscher. Not bad, my boy. Aber ich treffe. Aber ich treffe. Und das war's. Der Junge hat nichts für Melmetal, ne? Muss ich Melmetal mal aus dem Team schmeißen? Ich hab echt das Gefühl, Melmetal ist zu stark für die Leute. Obwohl, ich mein, come on, es ist ein Flamethrower. Nimm halt ein Glurak mit und OKO das Teil. Ne? I don't know, man. Dumbledore. Ja, also ne, ne Psychokinese von Dumbledore hätte gereicht, um Melmetal zu killen. Keine Ahnung, warum er nicht zu Dumbledore reinging. Aber OK, ich bleib, ich bleib drin. Ich lass Melmetal sterben. Ich geh jetzt nicht raus zu Slymok. Denn, äh, ansonsten. Würde er dieses Teil wahrscheinlich nicht mehr rausbekommen. Na, Slymok hätte den Spukball resistiert und er hätte ihn dann, aber. Lassen wir einfach mal Melmetal sterben. Weil, wir haben noch, wir haben alle sechs Pokémon. Na. So. Dann gehen wir eben jetzt zu Slymok. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Denn Zauberschein ist der einzig neutrale Move, den er haben kann. Und ich hab 122 Death. Und ein Step Knirscher sehr effektiv. Und das ist ein totes Dumbledore, wenn er drin bleibt. Ja, ich glaube, wir hätten hier 6-0 gewinnen können. Einfach, weil Melmetal seine kompletten Wing Conditions zerstört. Okay, er switcht raus. Zu was geht er raus? Ich hab keine Ahnung mehr, was er für Pokémon hat. Kokowai. Kokowai ist aber auch nicht so gut, ne. Poison Jab und so. Gehen wir mal für Poison Jab. Ich hab nämlich keine Lust, dass die Roll irgendwie nicht reicht. Dass ich eine Low Roll bekomme und der Junge dann überlebt. Wir outspeeden ihn. Tja. Damn. Damn, Boy. Okay. Also normalerweise würde ich solche eindeutigen Battles nicht hochladen. Aber. Ja, I don't know, man. I don't know. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Denn. Ähm. Ich fand seinen Slymog sehr interessant. Ich fand interessant, dass der junge fucking Komprimator Aussätze auf, äh, dem Slymog gespielt hat. Hat mein Slymog full, ähm, Investment in Spätz-Attack? Weil wenn nicht, dann würde ich das nachholen. Denn dann wäre das nämlich ein OKO gewesen gerade. Okay, ich kann's leider nicht sehen von hier aus. So, Knirscher. Oh mein Gott. Und er verfehlt den zweiten Steinhagel. Wow. Okay, also die Hacks waren definitiv auch nicht auf seiner Seite, sondern auf meiner. Ja. Aber ja, ich glaube, wir gewinnen 5-0. Hätten unter Umständen sogar 6-0 gewonnen. Na. Mein erstes, mein erstes 6-0 in diesem Spiel. Aber ja, wir haben einfach starke Pokémon dabei. Aber ey, Leute, ich meine, das ist das Mega, ne? Das Mega, äh, das Mega. Ha. Das Meta. Das Meta ist aktuell nicht so breit und nicht so groß in Let's Go. Es gibt nicht allzu krass viele Pokémon. Und, äh, natürlich werde ich noch andere Sachen zeigen, wie Rasa, äh, oder, oder Arbok und so ein Kram, ne? Also, Hidden Gems, die vielleicht was reißen könnten. Aber, ähm, ja, man. So gewinnt man definitiv nicht. Aber wie gesagt, interessantes Slymog auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt mal noch die Werte von Dingens ansehen. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ich stehe by the way im Casino, weil ich jeden Tag meine Goldkronkorken farme und hier schon direkt abgespeichert habe. So, gucken wir mal bei Slymog rein. In den Bericht und schauen, ob der Junge, er hat sensationelle Spätz-Attack-Werte. Okay, dann war das das maximale Potenzial von unserem Megasauger. An der Stelle hätte ich vielleicht, vielleicht ein anderes Wesen wählen sollen, ne? Wegen Megasauger. Weil er hat hartes Wesen, 10% mehr Damage und das Teil wäre nach Tarnsteine K.O. gewesen. Aber okay, so lernt man, ne? So lernt man eben. Das ist eben das. Freunde, schaut euch mal an, was ich alles gelevelt habe. Zapdos, Slime, Mokmel, Metal, Borshin, Wieser Floor, Abraham, Fußruder, Tanz, Berkazan, Golden Boy, Fidget, Cripcrap, Schanira und so weiter. Dann haben wir hier noch Stanley Balls, Red Dead, Mewtwo, Gillette, Abdi, Kugawa, Daisy, Bezoa, Kasachin, Cinderella, Schlange, Mr. Loka, Blue Rascal, Chuba Chubbs, Dynamite, Lamus und Erika. Ja, und die werden wir in den nächsten Wifi-Battles sehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, bis dann und tschüss. Wir sehen uns, bis dann.